Moin meine lieben Freunde und damit willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege wir spielen Ranked auf der Map für Wolkenkratzer und zwar bereichssichern mit am Start ist der liebe Suffix der Brahal und der Mario ja nicht der Super Mario oder auch nicht der Mario Götze ne der einzig Mario Bart höchstpersönlich ob es erstmal nicht Super Mario nicht Mario Götze sondern Mario Bart jetzt richtig Promi Fight Oh welche Wünsche Spawnout und so ja das ist ein Gerille du bist hier der Carrier ja warum bin ich jetzt schwer Carrier Ja lass mal Shisha Bar Kennst du das Lied nicht? Suffix kennst du das Lied nicht? Schwörern Ja tut mir leid euer englisch schwere Sprache Englisch Nee irgendwie hab ich hab egal Digga lass mal Shisha Bar Oh der gibt gleich Shisha Bar Nee Doch Ich geb dir einen kleinen Hedge Schatz Ich geb dir gleich deine Mutter Nee brauchst du nicht geben danke Hör ich dir geil Geh doch kaputt HÄH Ich hab hier nur 10 Punkten gekriegt weil ich's kaputt gemacht hab Da ist ein Throne Da war ein Throne Easy bin auf meinem Spot Bester Spot EU-West Bester Spot EU-West Bist dich ist mein Spot Behälter lokalisiert Ich will auch ein Bär Wär auch einen besonderen Spot Den geh ja einkaufen In diesem Bereich ist ein HVS aktiv HVS ist Einsatzbehalt Hab einen guten Spot Äh 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 Jo ich weiß zwar wo die gesponsert sind aber ich seh die nicht Nicht in die Flusslinie des Abbaus Jo Fluff sag mal wenn da einer ist Ich versuch gerade irgendwie draußen sie zu kriegen aber irgendwie Ich geh mal in der Throne raus Alter was Wo sind die? Ja stimmt meine Cam kommt dann eh hin Ach scheiß drauf Hier haben diese japanische alte Hier haben diese japanische alte Carrier Was von wo denn? Niemals Ja genau Jo Ina ist im Bad Letch Hey komm Ja niemals habe ich das Letch das aus dem Bad Ja ist klar Ja ist klar Fick die Minutes Jo Shit Boah irgendwann ne Smokin Rechts Die Bahn habe ich nur 25 gekriegt Ja du hättest aber ne Smokin werfen können und dann Was soll jetzt mal besser ne? Ja ich hatte nicht Smoke Alles gut Alles gut Ami K Wer nehm ich schon Marakamai Kleine Kinder Ist du Warum nehm ich Akari? Egal ich nehm mir Akari Weil du es kannst Weil ich mir Akari Komisch geheher Lüftungs Dichter Alter da wird man wegs nicht so schnell holt So kommt gleich mit Ne ne klar Immer doch DJ Flumsen Warum? Ne so hätt ich Ich muss das in meinem Gewerbe umändern lassen weil das nicht auf das ähm auf die Plakatskartei passt Deswegen ist jetzt noch noch DJ Flo Deine Mutter heißt DJ Flumsen Nein die Gemeinde war einfach zu dumm DJ Flumsen zu übernehmen Ja wer wohl du oder die? Die Gemeinde die konnte es nicht übernehmen weil es zu lang war Ich habe glaube ich gerade etwas geschrien die Fenster nicht aufmachen So wächst du leckst grad bei mir etwas Jetzt nicht mehr Ja Ja Jalla 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 Ja ich leck um bis hier Alter Die camp schon Ja sagt ihr doch dass ihr die Camp schon habt Ja Da hat man geschossen Äh Alter 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 ich hab So ne penetra... Alter Ich kimm mich gleich selber Warte Ok mach das Oh ja 2000 AP Mehr Ha Ja Ja 2000 AP Wie hast du das geschafft? Hey komm ne hex I don't know Easy komm ich versenzen Ah shit 200 AP Easy Easy win Easy 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 Du musst dann in meine Aufnahme gucken wie dumm einfach der Puls war den ich getötet hab Musst du einfach schauen Weil Der war einfach sowas Okay Easy win alter Easy win Easy win Easy win Easy win Easy win Easy siehste Ihr müsst einfach schauen wie dumm der Puls war wer worden der Puls das war der Scheiße Der da Bei mir hat er grade ne granate die ganze Zeit in der Hand und keinen gewähl dann nehme ich jetzt nur als Schuhen YouTube Ähm genau genau wie bei TeamSpeak Floft Ja DJ Flomsen Nein Floft Flood Killer Ja bestimmt genau als ob ich immer so'n Oh der Misko Puls hat ja glaub ich reizen Als ob Mario meinst Erst mal Mario Team killen Ich kill dich denn davor Du hast mein Main genommen Gott Ahhhh Ja Achso Gürtet ihr auch das ist eh Leicht herumgelammert Bin Witch Drone Jaa so leicht Nee gar nicht herum Die Twitch Drone ist hier irgendwie schon unter'm Tisch oder wirklich genau an, wo die ihn ist Ich hab die Twitch drin und Behälter um jeden Preis Hat der eine Impact? Ja Jo, werfen wir da eine gegen Dankeschön Bitte, bitte In diesem Bereich ist dein AVS aktiv Ey Flo, ist mein Spot, verpiss ich Hab's am Maul, guck da an die Dings, wo ich ran kicke ahhhhhhxa Sub Ja, genau Machs halt noch schwer, einfacher Ey, Mann Es verkehrt alles vom boost, oder... ...ich weiß nicht von wem Ich bin genauso gut wie Saffix, nur Saffix hat einen schlechteren Ping, Rye auch immer. Ist da draußen noch Sledge? Als ob, alter. WTF. Nice shot, alter. Sledge. Halt. Er hat helft, der hat hier noch. Yo, easy. Mach bitte. Ich. Ja, gut, kann man machen. Ich hab das Gefühl, du musst endlich mal aufhören mit der scheiß Aufnahme, denn wir verkacken da immer durch. Hm, das liegt nicht an der Aufnahme. Beachtet ja, gar nicht. Nein, gar nicht. Achso, dann liegt es an dir, tut mir leid. An mir, auch mal an mir. Ich liege an dem Mario, der ist am jüngsten, also muss es an dem liegen. Also jetzt nichts gegen dich, aber an dir muss es irgendwie liegen. Und geistig, wer ist da geistig am jüngsten? Mario. Definitiv. Loft. Ja, easy jetzt hier, mein. Gut. Ich hab recht. Swatch. Okay, mal. Hauptsache, ich hab gerade kurzzeitig nur 2000er ping. Läuft. Passt. Den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisieren. Gute Arbeit. Der Bio-Gefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Ich hab mal war. Jetzt haben wir gewonnen. Fünf Sekunden bis Einsatz. Weiter zum Bio-Gefahrgutbehälter und diesen sichern. Fenster bitte wieder zulassen. Fenster ist hinten auch zur Stadt. Nooo, stopp! Button. Warum schreist du denn so? Hey, ich bin schon wieder da. Wieder los. Hey, ne, ich schwör, alter. Ich geh mich frech vergraben. Lade Bagatzis! Ey, ich kann mich nicht... Oh, nein. Achtung, Explosion! Unde Tipping. Neunhundertzeiten. Sprengbereich, räumen! Jo, ich... Oh, mach mal ab hier. Ja, du nix. Ey, komm, ich renne jetzt einfach die ganze Zeit weg und... Geh wieder, seit ich mich ziehe dir rück. Unde nur da bin ich immer noch... Ja. Easy. Flender unterwegs. Kamera drauf. Ja, ich schau'n. Die Sache wächst wohl aus, die Menschen entfernt. Easy. Wie steht's denn eigentlichen? Eins, zwei. Kannst du ja dabei treten? Okay, gut. Ja, okay. War ja nur... Neunhundertabhängig. Einer vom eigenen... Ja, davon wo? Och, die chillt ganz rechts. Mira chillt am Fenster ganz rechts, falls... Ja, die sind genau in dem Moment aufgestanden. Unlucky. 15 Sekunden. 10 Sekunden übrig. Fünf Sekunden übrig. Läuft. Hab ich's nicht... Hab ich's nicht... Ne, verloren, aber ich hab'n Kill gemacht. Wow. Ey, der wechselt sich wieder drin. Nice. Jetzt will man mit dem 66er pingeln. Na, passt doch. Ey, meine Reaktion, grad wie so'n tote Schnitzel, ey. Jupp. Wie ein tote Schwein, meinst du? Nein, nein, wie ein tote Schnitzel. Ich mein' alles so, wie ich es sage. Okay. Oh, Leute, jetzt müssen wir hier winnen, ne? Nö, jo. Das haben wir vorhin auch noch geschafft. Ähm. Vorhin. Vorhin war vorhin. Ja, halt. Vorhin. Und ich... ...und Lupe. Ich hab' jetzt kein Bock, wieder so'ne scheiß... ...Tags zu haben, hier Glitches zu haben. Ey, oh, hier, komm und chill. Achso, weil, ähm, von einigen von euch mal... ...damals mal die Frage aufkam, was für ein Mikro ich hab. Das MXL-Tempo jetzt seit... ...ja, längerem. Ich zeig's euch mal kurz in einem Webcam. So sieht's aus. Ja, nix gefragt. Ja, nicht ihr, sondern die da draußen. Nicht ihr, sondern ihr. Hilfe. Wurde entdeckt? Ah, okay. You've been spotted. Ja, fängt schon wieder an. Wo ist die scheiß Fitsch? Ah, weg rein, Hilfe, Kamikaze. Gut. Ja, Sufix, du leckst hier etwas. Alter, guck mal auf Sufix. 6.184 kann nix machen, ne? 9.900 9.900 9.900 warum geht's mich denn? ja du hast gesagt verletzten, da hab ich aus vorsehen den header reingedrückt okay jetzt hast du wieder einen normalen Ping, ich wollte gerade ein Foto machen ja, normalen Ping Suffix wurde aus dem Match entfernt hey, bei mir ist Hochzaurkiller drin war sehr gut die Wix-Granaten springen sich selber weg woher die Twitch-Supporten sich da von einem Alter, ich war erschrocken Jack, hier kam einfach in den Raum rein aber wir haben verloren, ich hoffe wir suffix kommen wieder rein was, warum? wenn ihr verloren habt, komplett verloren woher das war ranked ist doch noch ne Runde, oder? ne, generell ok man, ich will aber gewinnen mach die Aufnahme weg so, ich hoffe euch hat's gefallen dann macht die Aufnahme weg so, ich hoffe euch hat's gefallen wenn ja, dann lasst doch ein Like da wenn ihr neu seid, aber würde mich natürlich sehr freuen schaut doch bei dem Suffix vorbei Link zu seinem Kanal natürlich unten in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, reingehauen bis zum nächsten Mal Ciao, ciao